Überredet Lexus, wie kann wir noch tauchen? Das wird bestimmt nicht ganz einfach. Also wie nun? Oh, ich kann dir nicht mehr sprechen. Man sagt, es gibt einen geheimen Weg nach Daru. War in der Nordhöhle in Danubia nicht noch ein weiterer Weg? Das könnte durchaus sein. Dann werden wir mal das überreden. Schnell weg! Wo war noch mal die Nordhöhle? Warte, wir müssen nach Dron-Dran-Ruvia. Im Norden. No way! Also im Norden geht es nicht. Ne, unmöglich. Impossible. Was habe ich gerade getan? Ich habe irgendwelche Wörter gesagt. Danubia, ne? Hm. Äh. Königreicher. Königreicher. Und nach Norden. Wir rennen nach Norden. In die Vergangenheit. Und Hütten, Pflanzen. Die Enkel mit einem Schlag zu Rotlein drücken. Ist ihnen vielleicht stärker geworden. Äh, äh, äh. Äh, nein. Hässliche Rosen. Ich hoffe, sie sind vertört. Spiner, Spiner. Spiner macht gar nichts, weil der nichts machen muss. Die kleine Grey ist aufgestiegen. Spiner, 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 Spiner. Spiner, Spiner, Spiner. Okay, ein weiterer Weg. Bin verwirrt. Okay. Lass mich... Du hässlicher kleiner Garbarst. Dann hält ja auch noch mehr als zwei Schläge aus. Ich glaub's nicht. Als... Einmal nicht. Ach, geht auch. Ich freu mich, weil es nicht mehr, welcher Weg welcher ich ging, oder so. Oh nein! Warum weißt du das nicht? Weil ich doof bin. Ich weiß, dass wir uns in den kompletten Dorn noch mal neu machen. Hm. Ah. Voll, ähm, glücklich und so, ne? Oh, yeah. Das ist doch voll toll. Du musst positiv daran. Aber den Dungeon mochte ich vorher auch schon nicht. Hm. Genau deswegen ist er er wieder geworden. Akidokkili. So, erstmal das. Er ist eine Sirene. Ich weiß, es sind Übersirenen. Du darfst keiner Sirene begegnen. Warum musst du denn singen? Hm. Dann haben wir ein Problem. Ich komm hier nicht mehr weg. Ah. Akidoki. Ich bin grad probiert. Welchen haben wir eigentlich dran? Den, okay. Und jetzt? So, mal hier. Oh Gott. Oh, nochmal der Weg. Also der Weg der. Das war asozial! Wüstenrosen sind doch eigentlich aus Stein. Ja. Ich habe eine Wüstenrose. Ich auch, eine ganz kleine. Ja, meine weiß ich nicht so genau. So ist so normal, so eine Hand groß. So, die passt super in die Hand rein. Willst du wirklich neben der Bombe stehen? Jo. Mir passiert nichts, ich bin bombensicher! Aaaaah! Oh nein, an der komme ich nicht vorbei. Na gut, da sind keine Sergen. Das sind nur Raminas. Ramias? Ramias? I don't know. Komische Menschen mit komischen Beinen. So halbe Nixen. Männer. Jo. Männer. Einfach nur Männer. Nein, nein, nein. Die, die, die Taste. Nein, nein, nein. Hau das doch mit der Wand so ein Bumm ein. Hau. Das ist schon mal so ein Bumm. Ein Glas blöd ist erschienen. Hier. Hop! Mh, 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 mh. Wo ging es dann lang? Wo ging es dann lang? Ich glaube, jetzt geht es nach oben. Und in der Wüstenrose in die Arme. Eigentlich müssen die doch so umkippen, wenn ich die angucke, weil ich ja schon so ein hohes Level habe. Die Spine hat ein Level-Up. Echt, du hast dich jetzt hier. So, du, 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 das war so, dass wir erstmal hier so ein bisschen schieben. Ah, okay, Doki. Musst du das jetzt echt alles nochmal machen? Ja. Denkst du, ich bin glücklich darüber, dass ich alles nochmal machen muss? Vor allem der geheime Weg, der ja nicht funktioniert hat, der war ja nicht da, wo wir angefangen haben. Wahrscheinlich mache ich alles umsonst wieder mal. Das könnte ich mir bei dem Spiel gut vorstellen. Was? Tschüss, tschüss, tschüss. Was? Tschüss, tschüss, tschüss. Was? Da ist... Da ist... Geht das wirklich mit dem Hammer? Was denkst du? Was? Was? Ich hoffe, ich finde den Eingang entgangsam ganz schnell. Da kriegst du Feuerpfeil ins Auge. Au. Oh. Oh. Oh, oh oh, oh. Oh. Okay, einfach hier nochmal. Gesundheit. Danke. Warum ich niesen musste, tut mir leid. Keine Ahnung. Mist. Das ist alles so gewollt. Und das jetzt rüberschieben. Ähm... Wie kam ich nochmal auf die andere Seite? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hab's hingekriegt, aber ich weiß nicht mehr wie. Da war ich noch nicht bei dir. Mitreden wird es sein. So, dann könnten wir hier... Sieht nicht sehr verletzlich aus. So, dann können wir jetzt darüber. Soll ich da ranziehen irgendwo? Ne, das ist das Blöde, ja. Ich kann mich wirklich nicht da ranziehen. Aber da haben wir das Problem gelöst. Es sind eigentlich alle Stacheln gelöst, oder? So, das dürfen wir wieder gehen. Den ganzen Wartenweg nach Hause! Oh, oh! Du bist stark genug für die. Ich weiß, hab ich auch immer noch nie. Da, da. Kennst du auch das Gefühl, wenn du Kopfschmerzen hast, dass dein... äh, dein, deine... äh, dein Hals so zugeschnürt... also das Gefühl ist so... Ich hab immer so ein ziemlich zugeschnühtes Gefühl am Hals. Ich kann doch nicht mal Ketten mehr tragen, das geht gar nicht mehr. Boah, das ist echt ätzend. Das ist doch gemein eigentlich. Weil man doch eigentlich ganz, ganz, ganz gerne die Ketten trägt, die man trägt, trägt, trägt. Weil man sie tragen kann. Huuuuh. Fuuuck! Ich mach's dann vorbei. Okay, das ist nur ne kleine Medusa, ist alles in Ordnung, keine Degene. Ich hab's dann schon mal verstanden, aber ich mach's dann. Alle tot. Oh nein, die verpoggt mich, die verpoggt mich, die Blume, die verpoggt mich! So, da ist jetzt... Dreckiges Misty, komm doch raus, komm, komm! MAAAAN! Was ist das? Das ist ein hässlicher hässlicher Kackkrebs. Kennt ihr das auch, wenn euer Schreibtisch überfüllt ist und davon eigentlich nichts ist, was ihr gebrauchen könnt? Was ist das? Ich hab's nochmal hin... Nein, ich hab's... I don't have to say this! So! Oh Gott! Komm! So! Ich hab mal die Frau abgeschossen... Okay... Der war schnell! Oh, das ist der Meuchler! Oh nein, nicht der Meuchler! Nicht schon wieder der Meuchler! Ninja Time! Nein! Ich hasse diese Meuchler, die können nämlich einen Schlag und dann bin ich tot machen! So ne komische Scheiß-Attacke, aber ich mach auch einen Schlag! Ich hör grad sagen, du machst einen Schlag und dann sind die auch tot! Da ist wieder ein, ein! Cool! Ich mach kaputt! Die bleiben dann stehen oder warum? Ja! Dann betäugt man die! Ah, hier sind wir! Ah! I remember! Mach den Tod! Ja! Es muss wohl sein! Den Raps! Die Herzlosen! Hm! Spina! 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 Ich hasse die Meuchler! Alter, du machst ein Ding und die sind tot! Ich mag sie dennoch nicht! Ein Ding! Aber wenn die von hinten angreifen müssen, ist das einfach kacke! Dann können die mich zuerst angreifen und mich töten! Dann musst du sie einfach zuerst angreifen! Hier war doch was mit dem Scheiß! Hm, da kannst du runterfallen! Wir müssen die dringlich! Wir müssen erst die Treppe um! Ah, wie hab ich das nochmal gelesen? Ich glaub da warst du mit dabei. Und jetzt musst du da oben noch mal rein. Du kannst ja noch mal nachgucken. Du nicht. Ich? Yay, loop loop. Du bist da oben rein. Runter. Ah ne. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich speichere es noch mal. Und renn weiter. Stirb. Oh, lass Edward in Ruhe. Nicht, wenn er mir von hinten auflauert. Stehst du nicht so auf hinten? Es greift schon an. Was hältst du eigentlich von Duftkerzen? Duftkerzen? Ja, die riechen, ne? Kommt drauf an. Es gibt Duftkerzen, die riechen so richtig penetrant, eklig. Die riechen aber geil. Ich weiß nicht, was Männer gegen Duftkerzen machen. Ich mach mal, wenn ich baden gehe, eine an. Ah ja. Ich kann nicht mehr baden. So schön, Badewanne an, aus Badewanne schön, dann Licht an und dann baden gehen. Mit Kerzen und allem. Ja, und dann eine... Ich mach immer nur eine Kerze an. Ich liebe sowas, ja. Aber wir haben keine Badewanne mehr. Es muss ein Pfeil werden. Ich frag mich halt, ob ich schon verkackt hab. Nein. Warum komm ich hier raus? Das ist unfair. Das ist doch mega unfair. Oder? Warum hast du das zurück gemacht? Ja, weil ich das verkackt hatte. Das ist gemein. Nein. Ach, da ist Edward, die Schwuchtel. Oh. Er hat sich gleich halt. Er hat Freunde mitgebracht. Sie hat sich alle gleich aussehen. Oh nein, eine Klonarmee von Edward! Bella! Boah, da wird mir nur schlecht bei. Ja. Ja, ja. Vampire leuchten nicht. Nur mal so nebenbei. Ich spreche ja gleich wieder, wenn ich da durch... Tiere glitzern nichts. Sie werden von der Sonne verbrannt. Ja. Irgendwie schon. Laut Mythen. Laut Dracula. Schon. Es gibt nur einen Vampir, der ein Daywalker war. Und das war der Obervampir. In der Himmel hat diese Eidre am Abend. Weil der kann. Warum kriegt der mich? Weil es einer ist und du watzt. Weil es einer ist und du watzt. Ich watze dich vom watz watz watz. Das watzige watz watz wach. Witzig, haha. Huiiii! Speichern! Jaaa! Because I can't do it. Boah, jetzt geht aber dran vorbei. Es hat auch noch Freunde, die anders aussehen. Guck mal, der hat Bella mitgebracht. Ist ein bisschen grün, der Vampir, ne? Ja, ich glaube, ihm ist schlecht. Zu viel vegetarisches Blut. Ja, was ist denn vegetarisches Blut? Rind, Schwein, alles außer Mensch. Ketchup. Vegetarisches. Blutersatz, nehmen Sie Ketchup. Ich glaube, wenn die Kunst... Ketchup ist ganz viel Zucker. Ah, so Kinder können wir kein Ketchup essen. Ist nicht gesund. Okay, jetzt machen wir das ganz ordentlich. Warte damit noch. So einfallsreich ein Pfeil! Nein, das ist ein Anker! Guck! Ich konnte das nur vergessen. Ja. Ja. Ich will Pokémon spielen. Die-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Dann musst du Pokémon spielen. Ja, aber mein GBA ist... GBA-SP ist... Ich habe kein Ladekabel, das kommt erst diese Woche. Oh, das hast du. Ich zocke sowas wenigstens auf der richtigen Konsole. Aber auf der richtigen Konsole kann ich das nicht aufnehmen. Also eigentlich, es gibt Aufnahmerprogramme für Playstation und so. Ich weiß, aber ich hab die Karte nicht. Tja, passiert. Oh Gott, ich bin verbaut, ich bin verbaut. Ein Herzloser verfolgt dich. Ich hab kein Herz mehr, aber will mein Herz haben. Wollen die das Herz oder wollen die das Herz nicht? Ich bin verbaut. Die Herzlosen verfolgen einen, weil die das Herz von den Menschen haben wollen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt! Es dauert immer nur drei Schritte an und ich vergesse es immer. Nein! Ich wollte gerade sagen, du machst aber zum ständig Schaden, dass die einfach tot sind dann. Aber so eine Kampfsequenz ist echt überflüssig. Ja, aber du kriegst die Erfahrungspunkte. Es ist ja nur besser für den Endgegner. Weil wenn du allen Kämpfern aus dem Weg gehst, kannst du nicht leveln. Ja! Ja! Ja!